Jetzt können Sie wieder was auswarten. Heimatkuni müssen wir dann heimatlichen machen, oder? Was heimatliches, was kundin? Ich hab's ja Dirndl geliebt. Schaut das jetzt, schön. Ich hab's ja Dirndl geliebt, so schön wär's Niedlweiß. Sie holt das Licht der Kohl, als wir das Schnee so was. Ihr Kleid vor Röschchenklauch, ihr Eiger in die Blauch. Herr Gott, wo dieser Freude für alle Leid. Ihr Kleid vor Röschchenklauch, ihr Eiger in die Blauch. Herr Gott, wo dieser Freude für alle Leid. Röschchenklauch, ihr Eiger in die Blauch. Was mir ein Busseil gibt, da darfst bei mir noch bleiben. Du wärst die Einerin, zu mir jetzt wieder bett. Aber sonst, ich sag' ich Dir, schlafen erst nie. Du wärst die Einerin, zu mir jetzt wieder bett. Aber sonst, ich sag' ich Dir, schlafen jetzt nicht. Und am Lindenband, wo wir zum Klima sind, Und das kann vom Klima sein, die in die Blauch. Wir lieb in die Blauch. Wir lieb ganz klar, sieben jetzt wieder bett. Aber sonst, ich sag' ich dir, schlafen erst nie. Und am Lindenband, wo ich dann noch gehen würde, Aber sonst, ich sag' ich dir, schlafen erst nie. Und am Lindenband, wo ich dann noch gar nicht mehr bett. Aber sonst, ich sag' ich dir, schlafen erst nie. Und am Lindenband, ich sage jetzt nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 Das hieb ich auch so lieb, und schau mal vor da g'soch, das hieb ich mir so lieb, gib mir da Busseil frei, noch hab ich es frei. Und schau mal vor da g'soch, das hieb ich mir so lieb, gib mir da Busseil frei, noch hab ich es frei. Jetzt wissen Sie auch, warum das Werdenfeld so lang für seine wunderbaren Jodler so bekannt und berühmt ist, weil das sind so Jodler, die hörten einmal und vergisst sie nie wieder. Jetzt haben wir gerade mal einen Kameramann, einen sehr schönen Resonanzkörper, jetzt haben Sie auch, der Kameramann gerade aufmerksam geht, wir sind schon fast über die Hälfte unserer Sendung drüber, also das heißt, wir machen jetzt eine kleine Pause, damit auch Sie, ich sag immer wieder, gemessenen Schritt zum Kühlschrank schreiten können und praktisch sich auch ein Bier einschenken. Und dann würde ich sagen, gehen Sie gemessenen Schritt zurück zu Ihrem Fernsehapparat, dann haben Sie fast nichts versäumt, aber Sie können gleich den zweiten Teil unseres kleinen Stellich 1 sehen, zu dem ich Sie dann herzlich willkommen heißen würde, wenn Sie wieder da sind. Also bis gleich.